Ich kann es doch gar nicht glauben, wir trainieren mit Dan Marino. Die Entscheidung muss ich ganz schön ... Ich hoffe es wird Spaß. Okay ... Also ein volles Spiel. Das erste Team, was 21 Punkte erreicht, gewinnt. Wir haben 15 Yards fürs First Down. Wir haben 4 Sekunden bis wir den Ball loslassen müssen. Ich darf nicht über die Line of Scrimmage. Nur Passspiele erlaubt. Äh, wenn ich einen Interception werfe, ist das so mit Ende. Und keine Special Team Plays. Okay ... Oh Baby, fang ... 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 Schließlich für die Safety Strong left, strong left und wieder abgeblockt, sehr schön. Sehr schön, das klappt ja prima. Haben wir ein bisschen Gericht zugelegt oder was ist hier los? Und wieder abgeblockt, sehr schön und wir sind wieder im Angriff. Hat zu lange gewartet, shit. Ich muss schneller gehen, so was haben wir hier? Nee, oh, das war knapp. Nicht schubsen hier, ja? Komm Baby, schaffen wir. Wo läuft der denn rum, bitte? Das war doch ein stinknormaler Slend Out, verdammt. So, mal gucken, ob wir den Verteidiger verarschen können. Er hat nen? Sehr schön! Uiuiuiuiuiuiuiuiuiui! Ja, sehr schön Code. So, x läuft und o. Wir versuchen es mal damit. Fünf ja hat es gut gemacht. Sehr schön. Ne, hat nicht... Oh, er war schon draußen. Kacke. So lange gewartet. Mist. Oh, er war schon draußen. Kacke. So lange gewartet. Oh, kacke. Okay. Na gut. Ab nicht sollen sein. Letzter Versuch. Ach komm. Sehr schön. Wenn ich das First Down wieder bekomme. Ah. Uh, das war knapp. Das wäre fast eine Interception geworden. Da haben sie sich mal schön einen Ball zugespielt, die zwei. Jawoll. Sicher. Hehehehe. So. Ab auf meine Safety Position. Str��. Leck. Die Fronten. Die Fronten. Sehr schön geblockt. verworfen bei dem quarterback hat es ein safety ziemlich leicht hier hinten hoffen wir mal dass es so bleibt letzter versuch für die und wir sind wieder am zug so was haben wir denn hier alles für komische dinge wir versuchen es mal so mal gucken ob wir sie verarschen können ja wir sind jetzt 5 yards sehr schön das wird nichts die musik erinnert so ein bisschen an fahrstuhlmusik oder so jetzt geben wir mal alles nein da sind schon wieder da waren vier mann so letzter und zehn komm auf jetzt so safety verarschen spielen los geht's ausgehebelt mist ok wir keine punkte jetzt müssen wieder punkte verhindern ein glück wirft er keine reiten pisse dass meine receiver sind hier alles schön frei so jetzt habe ich keinen spieler bleiben wir hier ein bisschen mehr links sehr schön so jetzt machen wir als erstes mal würde ich sagen den hier wunderbar so lange wartet oh er hat ihn noch und er läuft und er läuft und er läuft sehr geil hat er aber nochmal schön raus gefischt den habe ich eigentlich schon im aus gesehen was macht er da drehe ich doch mal rum wenn du so einen kurzen spielzug hast hei 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 oh mann ein glück wenn die nicht fangen das einzige was mir jetzt noch bleibt obwohl die sind so blöden ball zu fangen das bin ich froh kacke wieder keine punkte mist was war denn das für ein ochs was war denn das für ein ochs was war denn das für ein ochs den hat er mal gefangen das wäre mein man gewesen und ich war nicht dran verdammt ein schlenker zu viel gemacht der 85er aufpassen ich komme das war auch wieder mein fehler kacke werfen um so aufpassen jetzt und das war eine interception ok jetzt haben wir das komplette feld zu laufen mal gucken ob wir ob der x den 60 bindet du bist mein mann sehr schön oh das war knapp Mist da war er schön dran der kollege und da ist er wieder mein x was macht der denn was jetzt nein die kurve nicht mehr jetzt aber komm der ist dir und sowas von in die hände die riech Wait a nice job guys trust your arm vertraue auf deinen arm sehr schön just relax have fun let the game come to you yeah I definitely felt more comfortable than I have in a long time see this very few quarterbacks were born with the talents was du hast? All you have to remember is why you fell in love with the game. Okie dokie. So, the Legends game is on the schedule where it belongs. The final episode before the NFL draft. But I want to talk to you about the next episode. We initially planned to visit a military base and I still think it's a great idea for the show. But I wanted to ask if you think it's best if you stayed here to study. I'll do it. Really? Yeah. Uh... But on one condition. Captain. At ease, Wade. It's good to see you, son. You too, Cap. How was the flight? You know, an easy 18 hours. And you brought this gentleman along? Yeah, Marino, sir. Yeah, I know. I grew up in Jersey. You broke the Jets' hearts every time I turn on the television. You must be Julia. Thanks for having us, Captain McCarthy. Oh, my pleasure. You know, Devin is a darn fine carpenter. But it is way more fun to watch him run around on TV than it is watching him cut wood. Colton Cruz. Hey. I'm also on the show. Okay. I bet you are. 8,000 miles from home. And it was this place that brought you back to football. I'll field that one. You don't mind? Please. You see, I knew who Devin was. You know, I don't know if the other guys knew. But when he got here, he was, uh, reclusive. Always had his head down. About a year or so in, I decided to give him a little push. So I hit these footballs around. Here, there. Why did he ever take the bait? Is that true? What's funny you ask, Dan the man? Because I can show you. Set it up just like yeah. Just like yeah. Just like I can remember anyway. See, Devin would build these crates and then smash them up. You want to show them? Yeah. Help me out. Let's do it. So tell me, Captain. Why Devin? Well, I actually know a little something about regret. See, I was a kicker in college and my junior year, we're playing in the Sugar Bowl and I missed three field goals. We lost us the game. I couldn't face my teammates. I couldn't even face the fans. So I quit. I just convinced myself I wasn't any good. A year later, I graduated and came here. You can't undo your own mistakes. Maybe you can help others avoid making theirs. Okay, so it's seven points for the deep ones, five for the middle, three for the ones up close. Colt, you want to keep score? Yes, sir. Alright. Score as many points as possible before the timer runs out. Got it? Yes, sir. I'm done. I'm done. I ate before beauty. Hehehe. You do it all day. Just watch. I don't know about that one. How did you put it on the rope right there? Good tempo, but that was a little wobbly. Okay. Okay. What's the perfect thing of beauty? I'll do it all the same. I'm done. I'll do it all the same. Okay, so good. He's coming on. Oh, he's warming up. Na, wer trifft denn? Oh, die Sau. Das war's, oder? Ach, da stand noch eine. Oh, Mist. Ja, gut, gegen Dan Marino. Das war's, was bitte ich.